Das Zentrum Philadelphia ist ein privates Wohn- und Pflegezentrum mit gepflegter Infrastruktur. Das Unternehmen ist seit 2007 ISO-zertifiziert und bietet das gesamte Pflegeangebot unter dem Motto Alles aus einer Hand. Das Team setzt sich täglich während 24 Stunden für fachlich kompetente und liebevolle Betreuung und Pflege der Bensionäre ein. Durch gute Teamarbeit und Unterstützung der Heimärzte gelingt optimale Betreuung und Pflege. Zur Entlastung von betreuenden Angehörigen oder für Pflege nach einem Spitalaufenthalt bietet der Betrieb Ferienbetten sowie Kurzaufenthalts- und Übergangsplätze an, welche ohne Wartefrist gebucht werden können. Der Betrieb führt eigene Restaurants, Küchen und eine Wäscherei. Anlagen und Gärten werden vom technischen Dienst betreut. Für die Sauberkeit des Betriebes sorgt die Reinigungscrew. Uneingeschränkte Besuchszeit. Gymnastik, Spaziergänge, Spielstunden, Ausflüge, Konzerte, Heimkino, Internetecke, Anlässe und Hausandachten sind Stichworte, welche aufzeigen, dass der Alltag individuell, liebevoll und abwechslungsreich gestaltet wird. Wer seine Unabhängigkeit trotz Betreuungsbedarf bewahren will, kann zwischen einer Alterswohnung am Hagacher Weg oder der wohnformbetreutes Wohnen im Wenner-Zyro-Park wählen. Im Wenner-Zyro-Park in der Altstadt von Thun profitiert man ebenfalls von den Angeboten und Dienstleistungen des Zentrums Philadelphia. Der betriebseigene private Spitex-Dienst Soluna gewährleistet eine fachlich kompetente und individuelle Pflege in der eigenen Wohnung.